Na du mein super Tapfer, hast du eine gute Position da gefunden? Zeig mal, wie machst du denn das? Ah, sehr cool, ich sehe schon gut, dass der Ast um die Ecke geht, ne? Ich habe ja den intuitiv richtig ausgesucht. Zeig mal. Prima. Jetzt setze dich mit deinem gesunden Fuß fest. Bauri liegt auf der Ecke und der Knicknack-Haxen hängt durch. Sehr schön. Dein Ding da zwischen den Beinen ist lang genug, ja? Scheint ja zu klappen. Sehr gut, mein Süßer, sehr gut. Da sind wir wieder ganz schön unsere Köpfe anstrengend, ne? Neue Sachen überlegen, wie wir das jetzt über die Runden kriegen. Oh, bist du ein Mädchen? Ja, ich bleibe hier bei dir am Schreibtisch, ne? Wenn du wackelst, fange ich dich auf. Da ruhe dich mal schön aus. Verst du wackelst. Ja. Dann. Ja.